So, wie ihr unschwer sehen könnt, komme ich vom Laufen. Und jetzt machen wir mit den anderen Postwurz, okay? Ihr nehmt ein Bein nach vorne, ein Bein nach hinten, die Arme hoch in die U-Halte, die Schultern tief. Und dann gehen wir weit nach unten, die Kniepatienten nur so weit, dass man nicht in den Schmerz kommen hat. Und dann rotieren wir zu dem vorderen Knie, gegendlich und kommen zurück, machen einen Schritt nach vorne. Anderer Fuß, Schritt nach hinten, hintere Ferse heben, Bein winkeln, komm tief, rotier, komm zurück, Schritt vor. Und rück, tief, dreh und hoch. Rück, tief, dreh und hoch. So, wenn ihr das ein bisschen schwerer haben wollt, dann nehmt ihr eine Matte oder ein dickes Sofakissen und nehmt das zum Unterlagern vom vorderen Fuß. Dann wird das Ganze um einiges schwieriger und ihr trainiert gleichzeitig euer Gleichgewicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.